ARD Text im Auftrag von Funk Machen wir jetzt alle 5 Farben im Hellen und dann die Rest fangen wir mal an mit dem Roten Alter, Junge, die sind ja schick, krank Machen wir gleich weiter mit dem Grünen hier, ohne Standfuß natürlich Schönes Titan-Bouquet, schöner Aufstieg, jeweils der Farbe, die draufsteht Boah, die haben wir noch ordentlich Äußerst schick Moin Ich sag jetzt mal, das ist lila Nagelt mich eindeutig nicht fest, Leute Also jetzt schon mal Kaufempfehlung, die knallt gut, sehr sehr gut sogar Alter, das ist krank Und jetzt noch den Blau Ich denk mal blau soll das sein Also die sind äußerst schick Äußerst schick sind die Richtig, richtig, richtig gute Teile Kater Thunder kling jetzt im Dunkeln hier Machen wir aufs Schlag kommen, oder? Können wir eigentlich Also wir versuchen es mal Ich glaube ich schaffe nicht mehr als 2 Aber Aber Wir probieren es mal 3, 2, 1 Na ja, Gott Achtung Oh, Junge Ey, Junge Das Affe krank Der Letzten noch hier Ich geh jetzt noch mal auf die andere Seite Geil, Mann Geil, Mann Scheiße, schicke Bobrohre Gönnt euch die Die sind richtig fein Und kein 1.3G Also lieferbar Ja, dann auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal Tschüss